Herzlich willkommen zum nächsten kleinen Video im Modul Lärm und Emissionsschutz. Hier geht es jetzt darum, dass wir uns die zentrale Vorschrift bezogen auf Gewerbelärm und Industrielärm anschauen wollen, die TA-Lärm. Da das Ganze auch einem zeitlichen Wandel unterworfen ist, achten Sie bitte darauf, dass das Video im Jahr 2020 entstanden ist und sich auf die derzeit gültige TA-Lärm bezieht. Der Volltext ist im Internet verfügbar und den finden Sie auch in der Materialsammlung Ihres Arbeitsheftes. Das, was Sie auch im Arbeitsheft finden, ist der Berechnungsablauf, der Grobberechnungsablauf nach TA-Lärm, den wir uns jetzt hier einfach mal anschauen wollen, wie das gemeint ist oder wie dieses Nomogramm funktioniert. Wir sehen letzten Endes, dass wir hier den zentralen Vergleich machen oder den Abgleich des berechneten Beurteilungspegels mit dem zulässigen sogenannten Emissionsrichtwert. Das ist quasi das Ziel der ganzen Untersuchung, dass wir hier einen Vergleich durchführen und dann feststellen, ja ist zulässig oder nein ist nicht zulässig. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal von hinten anschauen, dann gehört dazu natürlich, gehören zwei Sachen dazu. Ich brauche den zulässigen Emissionsrichtwert und ich brauche den Beurteilungspegel, den ich mir berechnen kann. Das hatten wir jetzt in verschiedenen Stufen, Baustein für Baustein uns auch schon angeschaut. Das heißt, wir haben uns angeschaut, die Schallausbreitungsberechnung im Freien. Wir hatten uns angeschaut, wie ich an den Schallleistungspegel verschiedener Schallquellen kommen kann und wie die Ausbreitungsbedingungen sind bzw. die Dämpfungen dazu. Das haben wir uns schon angeschaut. Das, was ich dann auch kenne, ist natürlich die Lage des maßgeblichen Emissionsortes und daraus folgt dann auch die Gebietseinstufung. Also liegt das Ganze in einem reinen oder allgemeinen Wohngebiet oder im Gewerbegebiet und so weiter. Also die Gebietseinstufung muss ich kennen. Daraus ergeben sich dann, und das werden wir gleich sehen in der T-Alarm, Zuschläge für einzuhaltende Ruhezeiten bzw. Aufschläge auf den berechneten Schalldruckpegel. Da spielen dann sogenannte Einwirkzeiten der relevanten Schallquellen auch eine Rolle. Und aus dem Ganzen hier, also ich nähere mich über die Schallquellen, Schallausbreitung, ich bestimme den Schalldruckpegel aller relevanten Schallquellen am Emissionsort in den jeweiligen Einwirkzeiten. Und dann kommt noch rein Zuschläge für Ruhe, natürlich auch Zuschläge für Impulsgehalt und Informationsgehalt. Auch das finden wir in der T-Alarm wieder. Und die jeweiligen Einwirkzeiten und gegebenenfalls meteorologische Korrekturen, die wir aber vernachlässigen. Das haben wir bei der Ausbreitungsberechnung auch schon gesagt. All das fließt hier mit ein, inklusive dieser Zuschläge für Ton, Informations- und Impulsgehalt. Und so kann ich dann den Beurteilungspegel berechnen oder ermitteln. Dazu kommt dann noch die Kenntnis, dass ich das Ganze dann verteile oder verschmiere auf die Beurteilungszeit, TR, die ich wiederum in der T-Alarm finde. Also das Ganze ist letzten Endes der Grobablauf und wir müssen jetzt mal reinschauen in die T-Alarm, wie da die einzelnen Werte auch letzten Endes angenommen werden. Dazu springen wir jetzt in die T-Alarm im nächsten Video und schauen uns jetzt Kapitel für Kapitel, Abschnitt für Abschnitt, Besonderheiten und Allgemeinheiten letzten Endes an, bis wir tatsächlich diesen Abgleich zwischen Beurteilungspegel und Emissionsrichtwert vornehmen können.